Hallo, mein Name ist Henry Mason, ich bin der Regisseur von Eggborns Familiengeschäfte. Wir sind in den letzten Zügen der Proben und das Bühnenbild ist jetzt schon aufgebaut um uns herum und ich möchte Ihnen eine kurze Führung durch das Haus geben. Das Stück handelt von einer Familie, die eine Möbelfirma besitzt. Die wohnen in verschiedenen Häusern, aber diese verschiedenen Häusern sehen alle gleich aus, weil sie alle mit den gleichen Möbeln ausgestattet sind. Es gibt Personen, die sich innerhalb dieser Familienfirma am Geld in dieser Firma bereichnen. Hier sind wir jetzt in der Küche. Man sieht, es ist alles in einem schönen, klaren Weiß gehalten. Die Wandteile hier, die rauskommen, zeigen, dass unter der schönen weißen Oberfläche einiges an Korruption und Kaputtheit brodelt. Im Prinzip fühlt es sich an, wie in einem richtigen Häusern, wenn man nur geht. Jetzt geht es mal die Stiegen nach oben in den ersten Stock. Ich bin so ein detailverliebter Mensch, und hier haben wir einen schönen Hasen. Wir gehen jetzt in das Schlafzimmer hinein. Das Bett ist jetzt ein bisschen in Aufruhr gebracht, weil wir hier gerade getrobt haben. Aber man sieht hier oben also auch eine Sicherheitslinie für die Schauspieler, dass sie nicht so weiter nach vorn treten. Und man sieht ja auch hier, dass es doch schon ganz schön weit nach unten geht in den Zuschauerraum. Wir haben als letztes Zimmer jetzt noch besucht, das Badezimmer. Hier sieht es auch wirklich aus wie in einem echten Badezimmer. Und sogar schließendes Wasser. Sehr beeindruckend. Und in keinem guten Haushalt darf fehlen das WC. Das spült euch jetzt nicht wirklich, das wird über Ton eingespült. Hier hinten sind zwei Räume, die für die Zuschauer uneinsichtig sind. Hier liegen schon Kostümteile, Requisiten herum. Und hier geht es heute in die Eingeweide des Theaters nach hinten. Ich kann den Blick nochmal von hinten auf das Haus herauswerfen. Und vielleicht gehen wir nochmal durch die Eingangstür nochmal in das Haus hinein. Da kann ich nicht, weil es abgesperrt ist. Hier ist der Schlüssel. So echt ist das bei uns jetzt hier. Und wenden uns dann wieder dem Publikum zu. Das ist unser Komödienhaus für Alan Ackbonds Familiengeschäfte im Stadtrat der Klagenfurt. Danke fürs Begleiten auf dieser Hausführung.